I want it all, 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 I want it all. Pöll TV I want it, I want it all. Herzlich willkommen zur Top Ten Show hier bei Pöll TV, liebe Zuschauer. Und es ist noch Januar und ich behaupte, dass der ein oder andere von Ihnen zu Hause immer noch gute Vorsätze hat, aber vielleicht noch nicht so die richtige Idee, wie man die denn eigentlich umsetzen möchte. Gerade wenn es um das Thema Sport geht. Bewegung ist bei den Temperaturen und bei dem Wetter da draußen natürlich immer so eine Sache. Trotzdem möchte man was machen, man möchte vielleicht wieder ein bisschen fitter werden oder das ein oder andere Kilo. Ganz einfach, ganz einfach ein bisschen was abzunehmen. Und all das ist möglich, wenn Sie uns ein paar Minuten Ihrer Zeit schenken. Denn wir haben einfach mal geschaut, was gefällt unseren Kunden denn eigentlich aus dem Bereich Sport und Freizeit ganz besonders gut. Und da wir die Top Ten haben, fangen wir an mit Platz Nummer 10. Ja, liebe Zuschauer, auf Platz Nummer 10 ist eine 14 in 1 Körperanalysewaage und die aus Glas zu einem sensationell günstigen Preis. Ich sage mal so, um den Status Quo mal zu ermitteln, oder? Ja, richtig. Und zwar nicht nur, was das Gewicht betrifft. Aber schauen wir uns erstmal die Waage an, denn die finde ich tatsächlich nennenswert von der Optik her. Oder die Optik, finde ich hier an der Stelle, hat Aufmerksamkeit verdient. Wir haben hier eine hochwertige Glaswaage und hier sehen Sie jetzt vier Elektroden. Also das ist nicht einfach nur Deko, sondern das hat einen Sinn. Denn diese Waage zeigt Ihnen nicht nur das Gewicht an, sie zeigt Ihnen das hier, Sie werden es vielleicht gleich nochmal sehen, zeigt Ihnen das Gewicht hier an, aber zeigt Ihnen in der App, die kostenlos dabei ist, auch noch mehrere Werte an über Ihr Gewicht hinaus. Also insgesamt haben Sie hier 13 weitere Werte, die angezeigt werden. Und das ist jetzt das Wichtige, weil Sie bekommen hier nicht nur gesagt, wie Ihr Gewicht ist, sondern wie viel Anteil hat daran Muskelmasse, Knochenmasse, wie viel Fett habe ich und wie verteilt sich das Fett? Denn beispielsweise Unterhautfett ist absolut unproblematisch. Was allerdings gesundheitskritisch werden kann, ist das Viszeralfett, also das Fett, was in der Bauchhöhle sich um die Organe herum entwickelt. Du guckst schon so auf deinen Bauch, Carsten. Möchtest du auch mal auf die Waage gehen und gucken? Ich weiß nicht, ob ich das so wissen will, so genau. Aber unterm Strich gesehen, aber besser wäre es natürlich. Klar, wenn man sich Ziele setzt, braucht man so etwas, um mal genau zu eruieren. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wo kommt mein Gewicht denn eigentlich her? Weil Gewicht ist ja nicht gleich Gewicht, Muskeln sind schwerer als Fett. Und Sie sagen, wenn ich jetzt Muskeln habe, bin ich ein sportlicher Mensch, habe ich aber zu viel Fett, sind die paar Kilo zu viel, dann vielleicht doch eher etwas kontraproduktiv für den eigenen Körper. Auch das Thema biologisches Alter, reelles Alter und so weiter, gefühltes Alter, auch das sind alles Dinge, die man so eine Waage ohne weiteres sagen kann. Genau, das biologische Alter wird hier auch ausgespuckt. Und dann sehen Sie hier beispielsweise, ob das unter Ihrem tatsächlichen Alter liegt oder da drüber. Alle Werte, die Sie ausgespielt bekommen in der App, werden auch ins Verhältnis gesetzt. Die App zeigt Ihnen an, ist es durchschnittlich, was für Werte Sie haben. Ist es zu niedrig oder zu hoch? Und das macht diese Waage so unglaublich gut, vor allem zu dem Preis. Schauen Sie mal, hier die ganzen Werte, die bekommen Sie alle ausgespielt. Und so können Sie auch mal wirklich Ihr Gewicht richtig interpretieren. Und bekommen hier Anhaltspunkte, was genau sich da ändern könnte eventuell. Oder ob Sie da in einem guten biologischen Alter entsprechend Ihres tatsächlichen Alters sich befinden. Vielleicht sind Sie sogar jünger, als Sie tatsächlich auf dem Blatt Papier sind. Das alles ist super spannend mit dieser Waage rauszufinden. Ich finde es großartig. So etwas wollte ich immer schon mal haben, weil das tatsächlich den Ist-Zustand ganz einfach und klar und deutlich formuliert wiedergibt. 18,04 Euro, liebe Zuschauer, mit der NC 7734 und der 569 haben Sie Gewissheit, was ist Sache mit mir und mit meinem Körper. Und wir machen weiter logischerweise mit dem Thema Walken. Und das finden wir auf Platz Nummer 9. Ich hatte vor gut zwei Jahren mal das Thema Nordic Walking für mich entdeckt. Ich habe es leider ein Stück weit wieder aus den Augen verloren. Aber da habe ich auch solche Stöcke gehabt. Und die haben dieses ganze Thema unglaublich unterstützt. Ich bin sogar trainiert worden in dem Bereich. Und du musst zugeben, ich fand das hervorragend. Ja, also es aktiviert den Oberkörper, sorgt also so dafür, dass Sie Verspannungen beispielsweise gerade im oberen Körperbereich vorsorgen können. Aber solche Nordic Walking Stöcke sind auch ideal, um die Gelenke und die Muskulatur zu entlasten. Also Sie sollten da wirklich drüber nachdenken, wenn Sie noch keine Nordic Walking Stöcke haben. Diese hier sind von super guter Qualität. Die können Sie auf Ihre Größe hin anpassen. Einfach aufdrehen, rausziehen. Und dann können Sie die perfekt abstimmen auf Ihre Körpergröße. Und was hier auch toll ist, ist, dass wir hier eine Antischock-Federung zuschalten können. Das merkt man so ein bisschen, Merva, du wirst es auch merken oder gemerkt haben, dass wir, ja, ich sollte den Stock schon fixieren, dass wenn du, Merva, mal so ein bisschen auf den Boden aufdrückst, dann merkst du diese Antischock-Federung. Also da wird ein bisschen nachgegeben. Das macht es auch super angenehm, hier mit den Nordic Walking Stöcken spazieren zu gehen. Und vor allem benötigen Sie weniger Energie, um hier die Bewegung auszuführen, weil Sie auch unterstützt werden durch diese Nordic Walking Stöcke. Und das ist hier perfekt. Sie haben übrigens nicht nur die Nordic Walking Stöcke dabei, sondern auch Zubehör, passend für jede Wegbeschaffenheit. Also Sie haben Spitzen, die Sie auswechseln können. Sie haben Asphaltpads mit dabei. Tracking- und Schneeteller sind so gerade mit dabei. Also wenn Sie auch mal im Schnee hier spazieren gehen wollen, können Sie das damit auch tun. Und die Stahlspitze ist übrigens auch von guter Qualität. Das schafft aus Aluminium, aus einer Aluminium-Legierung, also richtig schön robust. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit von Nordic Walking, von Sport. Ich kenne viele, die solche Stöcke auch ganz gerne benutzen, um einfach beim Spazierengehen auch mal einen gewissen Halt zu haben. Also eine gewisse Kontrolle auch über den Körper zu behalten. Also man muss nicht unbedingt immer dann gleich den professionellen Sport betreiben. Es reicht ja, wenn man spazieren geht und sich damit ganz einfach etwas sicherer fühlt, dass man die eben dann mitnimmt. Ich finde sie klein und handlich zum Verstauen. Sie sind unglaublich leicht, unglaublich robust mit diesen verschiedenen Aufsätzen. Großartig. Jetzt weiß ich, dass man für solche Walking-Stöcke tatsächlich gerne also auch mal um die 40, 50 Euro bezahlen kann. Ich habe also auch schon Preise deutlich jenseits dieser knapp 21 Euro gesehen. Insofern ein fantastisches Angebot, wenn Sie mich persönlich fragen. Und Sie sehen ja noch Knorke aus. NX 79, 75 und die 569 für das Thema Walken oder das Thema Spazierengehen. Jetzt geht es tatsächlich mal um den Sport, den man auch gerne mal bei dem Sprudelwetter zu Hause betreiben kann. Ganz egal, ob Sie es langsam oder etwas schneller angehen wollen. Ich glaube, Platz Nummer 8 ist genau das Richtige für Sie. Wir werfen mal einen Blick drauf. Und wir haben unterschiedlichste Laufbänder für Sie im Programm. Das, was wir Ihnen jetzt zeigen werden, liebe Zuschauer, ist definitiv das Beliebteste, muss man ganz klar sagen. Ich finde es unglaublich sensationell, mit wenig Platzaufwand man hier laufen, walken, rennen, joggen, wie auch immer man das nennen möchte, betreiben kann. Und das eben zu Hause ganz einfach in der Klamotte meiner Wahl und das vor Wind und Wetter geschützt. Ja, und das wann immer Sie möchten, wo Sie möchten, in der Wohnung. Und bevor Merve hier auch noch mal ein bisschen Ihre Sporteinheit absolvieren darf, möchte ich Ihnen zeigen, was hier der absolute Clou ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Laufbänder schon mal so kompakt in so einer guten Qualität daherkommen können. Und Sie können dieses Laufband auch wunderbar einfach zusammenklappen. Jetzt guck dir das mal an hier. Haben Sie gesehen, wie schnell das ging mit nur einer Hand? Und dann können Sie den tatsächlich hier davonrollen. Sie sehen, hier sind Rollen mit dabei. Und das ist so ultraflach. Ich zeige es Ihnen noch mal von der Seite. Also unwesentlich breiter als ein Bügelbrett. So, Merve, jetzt darfst du das mal direkt austesten. Also ich habe eben gerade gesagt, ein kompaktes Laufband, was aber nicht an Qualität einbüßt. Bitte. Denn wir haben hier eine gefederte Lauffläche. Und das macht es nicht nur besser, wenn ich hier Schmuddelwetter draußen habe, um zu trainieren, drin trainieren zu können. Sondern es ist auch perfekt, weil das noch besser ist als der harte Asphaltboden. Also wenn man direkt ab Haustüre oder Wohnungstüre losläuft, hat man ja meistens einen harten Asphaltboden. Der ist nicht so wirklich gelenkschonend. Hier können Sie gelenkschonend laufen. Sie sehen es vielleicht schon, wie dieses Laufband nachgibt. Aber es ist unglaublich stabil, oder Merve? Auf jeden Fall. Was sagst du jetzt? Es fühlt sich ja super angenehm an, weil es wirklich federt. Ja. Also es ist wirklich... Und die Lauffläche ist ja auch genügend breit. Obwohl das so ein kompaktes Laufband ist, kannst du hier super bequem drauf laufen, drauf spazieren gehen. Und Sie haben hier auch in dem Display, was mit integriert ist, im oberen Teil, wo Sie im Übrigen auch wunderbare Haltegriffe haben, da sehen Sie die wichtigsten Werte, also wie weit Sie gelaufen sind, wie schnell Sie unterwegs sind, wie lang Sie gelaufen sind und wie viele Kalorien Sie schon verbrannt haben. Das alles sehen Sie hier in diesem Display. Finde ich, ist das Wichtigste, was man halt eben so wissen muss. Wie viele Kilokalorien habe ich schon verbrannt? Das ist für mich immer ein ganz guter Anhaltspunkt, weil dann gucke ich schon mal auf so einen Riegel drauf und checke, muss ich da noch eine Sporteinheit ergänzen oder kann ich mir den jetzt ruhigen Gewissens gönnen? Also das perfekte Laufband, um das Training einfach mal nach innen zu verlagern oder um einfach mal zu starten. Und du hast es ja eben gerade zu Beginn der Top-10-Sendung gesagt. Wieso? Ich bin da regelmäßig dabei. Ja? Okay. Aber ich gehe jetzt für die Studie. Also jetzt gerade hoffe ich nur. Ich schaue dir gerne dabei zu. Aber du hast schon 10 Kalorien verbraucht im Vergleich zu mir. Ja. Ja, also wie gesagt, perfekt auch für Anfänger, weil es eben so leicht macht, einfach mal ein paar Kilometer zu laufen oder wenn es auch nur ein paar Schritte sind. Also hier sehen Sie jetzt auch bei Merve, die Merve hat ja eine immens tolle Größe, lange Beine und trotzdem ist dieses Laufband ausreichend in der Lauffläche. Also auch für jeden geeignet, egal ob Anfänger oder Durchstarter. Also das hat nur Vorteile dieses Laufband und ich bin einfach fasziniert, dass es auf so kleinem Raum geht. Dafür ist tatsächlich in jeder Wohnung Platz. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, sogar in jeder Studentenbude würde ich sagen. Absolut. Also ein fantastisches Teil. Ich mag es eben ganz besonders, wenn man auf solchen Laufbändern unterwegs ist, dass es gelenkschonend ist. Gerade wenn man jetzt sagt, ich habe einfach ein paar Kilo zu viel, ich möchte mal wieder ein bisschen was für mich tun. Bei dem Schmuddelwetter würde wahrscheinlich kein Anfänger oder kein Wiedereinsteiger tatsächlich ernsthaft laufen gehen wollen. Also ich glaube, das ist definitiv etwas, was man sicherlich aber mit zwei, drei Kilo zu viel auf den Rippen ohne weiteres mal machen kann, weil es eben sehr gelenkschonend ist. Willst du auch mal? Ja, komm her. Was Sie auch mit dabei haben, ist übrigens ein Sicherheitsseil. Genau, Carsten schnallt sich an. Also das ist jetzt nicht nur was für junge Menschen, sondern gerade auch, wenn Sie ein gewisses Alter erreicht haben, sich nicht mehr ganz so sicher fühlen. Sie haben hier die Haltegriffe, Sie haben den Notstopp hier mit diesem Seil. Sollten Sie mal runter vom Laufband wollen, dann ziehen Sie einfach das Seil. Das ist ja ein Hammer hier. Guck mal hier, großartig. Und Sie haben auch die Standflächen rechts und links, wo Sie auch einfach mal pausieren können, mal drauf treten können und das Laufband an sich vorbeischießen lassen können. Also ich finde es auch wunderbar, dass Laufen so einfach sein kann. Und auch da muss man ganz klar sagen, man muss ja nicht immer gleich auf einen Halbmarathon oder auf einen Marathon trainieren. Jede Bewegung tut ja gut. Nur was willst du denn machen im Moment? Draußen ist es zwei Grad über null, es regnet, es schneit, es ist alles Mögliche, aber nicht gemütlich oder vernünftig. Dann hast du hier trotzdem mal eine Möglichkeit, dich zu Hause mal zu bewegen. Im Sommer das gleiche Dilemma, da hat es draußen 35 Grad in der prallen Sonne, macht das auch nicht unbedingt Spaß. Da ist es natürlich angenehm, wenn ich zu Hause bei mir in meinen heimischen vier Wänden unterwegs sein kann. Für 352 Euro knapp ein absoluter Preishit bei Pearl.de, hier bei uns aber zum TV-Sonderpreis zu haben. Und ein absoluter Evergreen bei uns im Hause mit der NC 5442 und der 569. Ein bisschen Entertainment dazu wäre vielleicht auch mal eine ganz gute Idee. Ein bisschen Musik auf die Ohren, aber am besten so, dass Sie keinen anderen damit stören. Das wäre genau Ihr Ding. Dann schauen Sie sich mit uns gemeinsam Platz Nummer 7 an. Und gerade diese Variante, Rebecca, finde ich absolut perfekt, gerade wenn man Sport macht, wenn es vielleicht immer ein bisschen rasanter wird. Denn die halten definitiv am Ohr. Es ist ein sogenanntes True Wireless In-Ear-Kopfhörer, so wird es in der Fachsprache genannt. Richtig, vielleicht haben Sie In-Ear-Kopfhörer schon mal gesehen oder kennen die. Das sind hier diese Pönöppel. Aber Sie haben hier noch dazu den perfekten Halt, weil Sie die Bügel hinterm Ohr mit dabei haben. Und das finde ich hier ist in einem superschönen Design gelöst, mit diesem Schwarz auch so leicht gemustert. Also perfekt fürs Sporteln, kommt ja auch in einer wunderschönen Box zu Ihnen nach Hause. Ich liebe das auch immer zu zeigen, weil ich finde, wenn man sich was gönnt, sollte das auch Spaß machen beim Auspacken. Ja, richtig. Und das hebt das Trainingsprogramm nochmal auf ein ganz anderes Level, wenn Sie Musik mit auf den Ohren haben. Das ist schon mal richtig motivierend. Also wenn Sie jetzt gerade erst Ihr Sportprogramm starten, dann ist das ein Muss, denn mit Musik macht es einfach Spaß. Oder vielleicht hören Sie gerne Hörbücher, einfach mal auf dem Laufband ein Hörbuch hören. Dann vergeht die Zeit auch schneller und macht das das Sporteln auch sehr viel angenehmer. Apropos angenehm, Merwe, wie sind die zu tragen? Super angenehm, gerade durch diesen Haltebügel hält es einfach. Auch wenn ich jetzt, weiß ich nicht, laufen gehe, wie auf dem Laufband oder beim Seilspringen. Es ist wirklich perfekt, dass der Kopfhörer da nicht rausfällt. Ja, die müssen Sie übrigens nur einmal mit Ihrem Gerät, also mit dem Smartphone beispielsweise verbinden und dann verbinden die sich jedes Mal automatisch. Also das nennt man die Auto-Connect-Funktion. Und toll an diesen Kopfhörern ist auch, dass sie bis zu 40 Meter Reichweite haben, nicht nur um Musik zu hören, sondern um auch zu telefonieren. Das macht es jetzt außerhalb des Sportkontextes, das finde ich auch so toll, weil ich telefoniere gerne mit solchen Kopfhörern, weil ich dann auch flexibel im Haus bin. Bei der Reichweite von 40 Metern können Sie sich auch getrost vom Handy oder vom Smartphone entfernen und da anderen Tätigkeiten nachgehen, zum Beispiel spülen oder bügeln etc. Das finde ich hieran auch toll zu erwähnen. Sie haben nicht nur Musikgenuss, sondern können hiermit auch tatsächlich telefonieren. Das geht und das auch mal wieder zu einem Knallerpreis hier. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Übrigens knapp 80 Euro die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und wenn man sich diese kabellosen In-Ear-Headsets mal anschaut, gerade auch im Fachhandel, da geht normalerweise die Reise so bei 60, 70, 80 Euro erst los. Preise jenseits der 100 Euro sind da ehrlich gesagt völlig gang und gäbe. Insofern ist dieser Preis ein Knaller. Bei Pearl.de schon ein absoluter Top-Hit aus der Premium-Serie, das heißt am häufigsten bestellt und am besten bewertet. Bei uns sogar noch im TV-Sonderpreis zu haben und der liegt bei gerade mal 35,14 Euro. Für Sie persönlich sicherlich eine absolute Bereicherung beim Sport, aber auch im Alltag. Aber mit Sicherheit auch mal eine sehr schöne Geschenkidee, zum Beispiel mal für einen Teenager oder auch mal für ein Enkelchen. Gerade die jungen Leute, die mögen doch solche Artikel immer ganz besonders gerne. Er hat bei uns die Bestellnummer ZX-1705 und die 569. Ich habe sie selber schon mehrfach getestet und ich muss sagen, ich bin vom Klangbild sehr begeistert. Gerade wenn es um Musik geht, ganz egal ob es Rock, Pop ist oder vielleicht auch mal ein paar romantischere Töne. Völlig egal, also hier ist wirklich ein fantastisches Klangbild zu erwarten. Und das für gerade mal 35,14 Euro. Und ich höre übrigens gerade, dass unsere Körperanalyse-Wage schon sehr stark nachgefragt ist. Ganz liebe Grüße an den Martin und vielen Dank für Ihren Einkauf bei Pöll TV. Da kann man natürlich hervorragend mal den Status Quo, den Ist-Zustand ermitteln und weiß ganz einfach, wo seine persönlichen Baustellen zu finden sind und kann gezielt dagegen vorgehen. Also das war Platz Nummer 7, unsere True Wireless In-Ear-Headsets zu einem fantastischen Preis. Jetzt geht es aber ja um etwas, was Sie definitiv auch schon mal ins Auge gefasst haben, aber wahrscheinlich vor den hohen Preisen zurückgeschreckt sind. Bei uns ist das bezahlbar und wirklich fantastisch. Platz Nummer 6. Unter dem schnöden Titel Elysion-kompatible Smartwatch ist sie bei uns im Programm. Dabei ist es ein definitiver Lifestyle-Artikel, anders kann man es nicht sagen. Definitiv und es ist mein persönlicher Platz Nummer 1 in dieser Top 10 Sendung, muss man dazu sagen. Also das ist ein Preis-Leistungs-Hammer, das möchte ich direkt vorne wegschicken. Eine super gute Smartwatch für einen unglaublich günstigen Preis. So viele Funktionen werden in dieser Uhr vereinigt. Es ist natürlich zum einen eine klassische Uhr. Sie sehen hier vielleicht schon die Uhranzeige. Da sehen Sie sie. Hier, die Uhrzeit habe ich natürlich mit drauf, aber noch viel, viel mehr Funktionen, die ich einfach hier durch Swipen, also drüberwischen, hier alle aufrufen kann. Sie sehen schon, was für eine Vielfalt das ist. Und meine Lieblingsfunktion, die zeige ich Ihnen auch direkt. Das ist nämlich so das Mindeste, was man täglich tun sollte. Falsche Richtung, andere Richtung. Hier, Schritte laufen. Hier haben Sie den Schrittezähler direkt mit dabei, um einfach mal zu sehen, wie viel sind Sie denn schon gelaufen. Sie können auch die Vitalwerte hier ansehen, Ihren Schlaf sogar tracken und Musik abspielen. Und das hier finde ich auch der Knaller. Sie können sich das Wetter anschauen. Wenn Sie dann verbunden sind mit der App, können Sie auch für die nächsten Tage das Wetter ansehen. Die App ist das Stichwort. Die App kommt für Sie kostenlos mit dazu. Das ist die sogenannte Elysion App. Und die sammelt auch noch mal alle Daten schön übersichtlich für Sie, die Sie hier auf dieser Uhr haben. Und erweitert noch so ein bisschen die Funktion. Sie können auch Push-Nachrichten hier auf dieser Uhr empfangen. Sie können auch beispielsweise Smart Home steuern. Also vielleicht haben Sie schon so Smart Home-Produkte zu Hause. Sie können sechs verschiedene Smart Home-Szenen hier einstellen und können die mit Ihrer Smart Watch auswählen. Und ich finde es toll, dass wir hier eine Uhr haben, die super hochwertig daherkommt mit einem super hochwertigen Gehäuse, Metallgehäuse und ist auch wasserdicht. Und jetzt schauen Sie mal, wie schmal das hier ist, wie schön sich das in mein Handgelenk hier einfügt. Ich habe ein sehr schmales Handgelenk und ich finde, sie passt trotzdem, ist nicht zu groß, gerade dadurch, dass sie sehr, sehr schmal ist, sehr leicht zu tragen. Also gerade wenn Sie die Schlaf-Tracking-Funktion auch, also die Schlafaufzeichnung mit nutzen möchten, ist das hier perfekt gemacht, weil diese Uhr ist angenehm, auch nachts zu tragen, beim Schlafen zu tragen. Und ich finde sie super angenehm. Ich trage sie super gerne. Was sagst du dazu mehr? Aber du magst sie auch gerne. Ja, also ich finde, sie ist wirklich ein super Hingucker. Sie ist gerade an jedem Arm zu sehen und dann für diesen Preis ist das wirklich super. Auch mit dem Band, Silikonband, wasserdicht, sportdicht, schweißdicht, alles. Es stinkt nicht. Es ist auch immer wichtig. Leder fängt an zu riechen irgendwann. Ja, wenn der schweißig einsaut, dann fängt Leder mal an zu riechen. Das stimmt. Genau. Und auch die Schritte, dass die Schritte so genau mitgezählt werden oder der Puls. Also ich finde es wirklich ein Muss für Leute, die ein bisschen aktiv sein wollen, gerade jetzt zum Neujahr. Ja, und bei dem Preis schlagen Sie einfach zu, wenn Sie eine Smartwatch noch nie hatten. Ich sage Ihnen, das lohnt sich. Also auch wenn Sie keine Smart Home Produkte zu Hause haben, lohnt sich das dennoch. Auch wenn Sie vielleicht jetzt nicht so der großartige Sportler sind, der Sportarten hier tracken möchte, also mit aufzeichnen möchte, gar kein Problem. Diese Smartwatch ist einfach eine Uhr, die schön ist, stilvoll, modern, angenehm zu tragen ist und viele nette Funktionen hat. Sie werden die alle noch entdecken, wenn sie zu Hause bei Ihnen angekommen ist und Sie werden sich freuen, wenn Sie die zu Hause haben. Der Preis ist natürlich eine absolute Granate, muss man ganz klar sagen. Also 80 Euro unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers würde ich schon mit Kusshand bezahlen, sage ich Ihnen ehrlich. Es gibt Smartwatches auf dem Markt, die liegen bei 5, 6, 7, 800 Euro und das muss ich da nicht mehr großartig für anstrengen. Die hier ist hier bei uns im TV-Sonderpreis und jetzt halten Sie sich fest für 35,14 Euro zu haben. Wenn Sie also immer schon mal mit der Idee eines Smartwatches zu besitzen geliebäugelt haben und einfach mal ein außergewöhnliches Modell haben wollten, sind glaube ich 35,14 Euro richtig gut angelegt. Die App gibt es kostenlos dazu, alle Vitalwerte, Herzfrequenz, Blutdruck und dergleichen, Blutsauerstoffsättigung und all das komplette Programm wird Ihnen natürlich auch in der Langzeit beobachten und dann auf dem Smartphone angezeigt. Spitzenklasse für so einen schmalen Taler, eine echte Kaufempfehlung mit der ZX 51, 74 und der 5, 6, 9. So, jetzt möchte ich mal einmal die Radler ansprechen. Kollege Ralf hat es auch schon für sich entdeckt und vielleicht ist das nächste Thema auch etwas für Sie. Wir schauen uns mal Platz Nummer 5 an. Was wir jetzt für Sie haben, ist ein Club Heimtrainer und ich muss zugeben, ich habe selten mal gesehen, dass man ein Sportgerät so locker und easy mal eben hier durch den Raum schieben kann, wie das, was uns Merve hier gerade zeigt. Das ist fantastisch. Ja, fantastisch, weil es in jedes Zuhause passt und Sie es ganz einfach an Ort und Stelle rollen können, wie Merve es gerade tut. Also vielleicht sogar vor dem Fernseher. Wollen wir mal uns das genauer anschauen. Und das Tolle ist, Sie brauchen hier keinen Strom. Ist das nicht genial? Einfach auseinanderklappen. Ach, da ist die Arretierung drin wahrscheinlich. Ach, da hier. Da, da ist sie. Ich habe sie. So, Sicherheitsarretierung haben wir natürlich auch dabei, damit Sie es sicher transportieren können und wegrollen können. Schon ist er einsatzbereit, der Trainer. Kein Stecker muss hier noch eingesteckt werden, sondern Merve kann hier direkt draufsteigen und loslegen. Wichtig hier zu erwähnen ist, wir haben einen tiefen Einstieg, also sehr angenehm, egal für welches Alter. Und darum geht es. Es ist nie zu spät, sich zu bewegen. Und hier mit diesem Heimtrainer haben Sie eine sehr entspannte Art und Weise, sich zu bewegen. Sie haben ein gelenkschonendes Training hierbei und können Ihr Training ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse hier durchführen, egal wie lang es sein sollte, wie kurz oder egal welcher Widerstand. Denn den Widerstand können Sie einfach per Rädchen einfach hier verstellen. Jetzt wird es anstrengend. Oh ja, jetzt gibst du dir richtig, Merve. Jetzt wird es anstrengend. So, ab drei wird es sportlich, glaube ich, oder? Drei, vier, ich glaube, acht verschiedene Gänge haben wir dabei. Acht haben wir, genau. Das ist nicht ohne. Wobei wir hier diesen Magnetwiderstand haben. Ich kenne die von früher noch. Meine Eltern hatten so einen Fahrradtrainer im Badezimmer stehen. Die waren zum einen super laut. Also unsere Nachbarn, die beschwert haben, hat mich immer gewundert. Und vor allen Dingen hatten die diese Bänder über diesem komischen Rad. Immer so dieses Scheuern. Das war ein komisches Gefühl. Hier arbeiten wir mit einem Magnetwiderstand. Das ist sehr gelenkschonend und absolut geräuschlos. Also ich höre gar nichts davon. Fantastisch. Also definitiv auch was für eine Etagenwohnung. Und so klein, kompakt und so schnell aufgebaut. Großartig. Kollege Ralf nutzt es vom Fernsehen. Genau, der hat das schon richtig in seinen Alltag integriert, macht das jeden Morgen beim Fernsehen schauen. Ich habe gerade eben gesagt, Sie können hier super bequem trainieren. Sie haben hier einen Heimtrainer mit einer Lehne. Das heißt, Merve kann sich hier, auch wenn es ein bisschen anstrengend wird, einfach zurücklehnen. Kann hier auch die Haltegriffe an der Seite nutzen. Alternativ zu den Haltegriffen, die Sie natürlich auch vorne haben. Und das finde ich wichtig. Also gerade wenn Sie jetzt nicht mehr nur 5 Minuten drauf sind, sondern 10 Minuten mal 20 Minuten. Man steigert sich ja auch. Dann können Sie hier auch ein bisschen Variation mal reinbringen. Sich mal nach vorne beugen, mal aufstehen, wie Merve es mal eben gemacht hat. Hier ein bisschen sportlicher unterwegs sein oder ganz einfach sich zurücklehnen. Pearl TV zuschauen. Und Ingo, unser Kollege. Also nicht nur Ralf hat sich jetzt den Heimtrainer nach Hause geholt, sondern hier sehen Sie unser Kollege Ingo. In seinem Zimmer steht hier auch der Heimtrainer. Also der ist direkt mal mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet. Und die beiden machen es uns hier richtig schön vor. Ja, so muss es auch bitteschön sein. Und ich finde, ich kenne Ingos Wohnzimmer. Also es ist nicht allzu groß, aber es passt trotzdem perfekt rein. Und vor allem, wenn er fertig ist, habe ich noch ein Eckchen bei ihm im Wohnzimmer gesehen, wo er es ohne weiteres unterbringen kann. Nimmt ja überhaupt keinen Platz weg, wenn du es zusammenklappst. Es geht ja auch darum, ich sage mal, nicht nur körperlich fitter zu werden. Man merkt es, wenn man dann, ja richtig, genau hier hinter die Tür. Optimal. Ja, total. Ja. Und weißt du, bei Ralf ist es ja auch so, der hat zum Beispiel von seinem Arzt gesagt bekommen, so und so hoch darf ihr Puls maximal sein. Bitte achten Sie darauf. Falls Sie auch so eine Ansage bekommen haben sollten von Ihrem Arzt, ist es gar kein Problem. Hier haben Sie die volle Kontrolle. Hier haben Sie nämlich in den Griffen integriert auch noch Pulssensoren. Hier haben Sie ein Anzeigedisplay, wo Sie dann auch Ihren Puls nachvollziehen können und jederzeit auch schauen können, dass Ihr Puls im Normalbereich ist, beziehungsweise in dem Bereich, den Sie definiert bekommen haben von Ihrem Arzt. Übrigens, der Sitz ist auch in acht Höhen verstellbar. Das heißt, für die ganze Familie ist das hier ein super Spaß. Und Sie werden es sich danken, wenn Sie es Ihnen leicht, sich selber leicht gemacht haben, hier mal eben so drauf zu steigen, mal eben so los zu radeln, unabhängig vom Wetter, unabhängig vom Verkehr. Weil Verkehr draußen, das ist ja auch super gefährlich. Ich habe da auch manchmal Respekt, mich aufs Fahrrad zu schwingen und in den Verkehr mich zu tummeln. Auf dem Bürgersteig dürfen wir ja gar nicht fahren. Und da würde ich mich hier in den eigenen vier Wänden definitiv tausendmal sicherer fühlen als draußen. Und vor allem, ich kann jederzeit auf- und absteigen, wann ich möchte. Auch das natürlich bei unseren Kollegen von Pöll.de ein Preishit. Das heißt, am häufigsten bestellt und am besten bewertet. Für knapp 180 Euro. Wir geben nochmal einen schlanken Zehner nach und reden von 170,99 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis und wird natürlich Porto und Versand kostenfrei geliefert. Ab Lager und das ist in diesen Tagen nun alles andere als selbstverständlich. Wir haben es vorrätig und innerhalb von wenigen Tagen können Sie auch schon mit Ihrem Training beginnen. Übrigens gerade dieses Spinning, dieses Cardio-Training, was Sie hier betreiben werden. Egal ob schnell oder langsam. Machen Sie es so, wie Sie es können. Ist genau das richtige Training, um mal das ein oder andere Pfund, das ein oder andere Kilo loszuwerden. Platz Nummer 5, also unser Club-Heimtrainer mit Rückenlehne. Für all diejenigen, die also wirklich überhaupt keinen Bock haben, sich großartig zu bewegen. Oder die sich einfach mal richtig gut gehen lassen wollen, ohne auch nur einen Finger dafür krumm machen zu müssen. Die werden sicherlich begeistert sein von dem nächsten Platz. Und das ist Platz Nummer 4. Ja, was wir jetzt für Sie haben, ist ein 3 in 1 Elektrostimulator für TENS EMS, aber auch mal für eine entspannte Massage. Was verbirgt sich denn dahinter? Ein richtiger Allrounder. Hier ist es übrigens ein Medizinprodukt der Klasse 2a. Möchte ich direkt mal vorweg schieben, weil Elektrosimulator, das klingt jetzt so super elektrisch, aber das hat einen medizinischen Hintergrund. Sie können hier mit EMS-Training betreiben. Was macht EMS? EMS kräftigt zum einen die Muskulatur, kann aber auch entspannen. Und vielleicht haben Sie das auch gesehen, also EMS, Merwa, hast du das schon mal gesehen, so ein EMS-Studio? Ja. Das ist ja vor einiger Zeit, wie aus dem Boden gestampft, so überall gekommen. Also das ist tatsächlich ein Trend, hier ins EMS-Studio zu gehen, nicht nur um die Muskulatur zu kräftigen, und zwar ganz einfach per elektrischer Stimulation, sondern auch um die Muskulatur zu entspannen. Denn auch das geht. Wir haben auch eine Massagefunktion hier dabei und wir haben diese TENS-Funktion. TENS steht für, da muss ich spicken, transkutane elektrische Nervenstimulation. Und das fördert die Durchblutung. Also wunderbar, um es sich hier ganz leicht zu machen mit dieser elektrischen Stimulation. Wie gesagt, ein Medizinprodukt der Klasse 2a. Sie haben insgesamt 36 Programme, die Sie hier wählen können, also 12 Programme je Funktion, also ob EMS-Training oder TENS-Training oder die Massagefunktion, da haben Sie jeweils 12 Programme mit dabei. 40 Intensitätsstufen, die Sie wählen können. Also wenn Sie das noch nie gemacht haben, probieren Sie es mal aus, fangen Sie mit der leichten Intensitätsstufe an und dann werden Sie sich nach und nach daran tasten. 10 bis 30 Minuten lang können Sie hier einstellen. Denn hier sehen Sie übrigens, die einzelnen Körperregionen werden hier angezeigt in diesem Gerät. Und die können Sie dann je nachdem, wo Sie die Elektrostimulation haben möchten, auch auswählen. Ich finde es perfekt für den Nacken- und Schulterbereich, weil ich da häufiger verspannt bin. Und da hilft auch so eine Elektrostimulation. Oder diese TENS-Stimulation, die lindert auch Schmerzen jeglicher Art und fördert, wie gesagt, die Durchbluten. Und ja, das finde ich hier einfach perfekt mit den Elektro-Pads hier gelöst. Also die sind selbsthaftend. Sie haben, wie gesagt, das große LCD-Display. Und meine Erfahrung ist, dass das sehr angenehm ist, gerade bei diesen Nackenverspannungen und lindert die Schmerzen. Ich finde das einfach irre, dass du quasi ein Training machen kannst, ohne dich zu bewegen. Du kannst dich irgendwo abends aufs Sofa setzen, machst einen Fernseher an, nimmst dir eine Zeitschrift dazu, ein gutes Buch oder machst dir ein bisschen Musik an. Und wirst in dem Moment, wo du einschaltest, entsprechend trainiert. Kennt man so aus dem Reha-Sportbereich. Da kommt das ursprünglich her. Ja, und das ist wirklich eine ganz fantastische Variante. Und natürlich denkt man im ersten Moment, oh Gott, da fließt Strom. Relaxen Sie. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl. Es kribbelt leicht und Ihre Muskeln werden entsprechend stimuliert. Ganz egal, wo das ist. Mehr verzeiht es Ihnen jetzt hier mal in der Bauchregion. Kann aber eben auch jede andere Körperregion entsprechend mit stimuliert werden. Das fördert das Muskelwachstum oder entspannt eben auch mal die Muskulatur. Und es soll tatsächlich, so hört man immer wieder, oder es kann vielmehr, so hört man immer wieder, tatsächlich also entsprechende Verspannungen und natürlich auch Schmerzen lindern können. Also probieren Sie es einfach mal aus. Vielleicht ist es Ihr Ding. Und ganz ehrlich, ich finde es sensationell, dass wir sowas im Programm haben. Und das jetzt hier für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche individuell einstellbar für 31 Euro und 34 Cent. Ich denke, das ist auf jeden Fall mal den Versuch wert. Für alle, die vielleicht auch normale Sportarten oder vielleicht auch ganz einfache Bewegungen ein wenig unterstützen wollen. Ja, finde ich auch hier genial gemacht. Einfach mal, wenn Sie sich vor den Fernseher platzieren abends, einfach mal die Elektropads direkt anbringen. Suchen Sie sich jeden Abend eine andere Körperstelle aus oder die Körperstelle, die gerade akut, wo Sie akut gerade Linderung benötigen. Dann setzen Sie die hier an, wählen das entsprechende Programm aus und schon geht es los. Und Sie können machen, was auch immer Sie lieber machen möchten. Gerade zum Beispiel Fernseh schauen oder ein Buch lesen, durch eine Zeitschrift blättern. Den Rest macht dieser Elektro-Stimulator ganz für Sie alleine. Das ist wirklich spitzen. Probieren Sie es mal aus. Es ist seit vielen Jahren ein riesengroßes Thema. Das ist natürlich die modernste Variante, die wir im Programm haben. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei solchen Geräten oder auch speziell bei diesem bei 100 Euro. Ich habe es doch schon für deutlich mehr gesehen. Also knapp 32 Euro sind also wirklich fast hinterhergeworfen. Die NX 7387 und die 569, liebe Zuschauer, wo wir gerade eben so schön von Entspannung geplaudert haben. Auch das gehört natürlich zum Thema Sport und Freizeit mit dazu. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass so etwas auf Platz Nummer 3 landet. Werfen wir mal einen Blick drauf. Liebe Zuschauer, es geht um ein Akku-Hand-Massagegerät. Und das ist eins der wohl spektakulärsten Artikel, finde ich, gerade im Entspannungsbereich, den wir hier in der Sparte Sport und Freizeit anbieten können. Klein, handlich, toll in diesem Koffer geliefert und dann noch mit unterschiedlichen Aufsätzen. Das ist Entspannung pur, wann immer ich das möchte und vor allem, wo immer ich das möchte. Auf welchem Platz sind wir jetzt nochmal? Das ist noch Platz Nummer 3. Ich hätte es weiter vorne vermutet. Ja, deswegen habe ich nochmal gefragt. Also mein persönlicher Platz 2, wenn Sie mich persönlich fragen. Ich liebe diese Akku-Hand-Massage-Pistole, weil ich habe Ihnen ja gerade schon von meinem Leid erzählt, mit meinen Nackenschmerzen, die ich häufiger habe. Und das Problem ist, dass ich nicht immer den Luxus einer Massage, professionellen Massage genießen kann und nicht immer helfende Hände dabei habe. Aber hiermit habe ich die helfende Hand immer, obwohl ich alleine zu Hause bin. Denn hier haben wir eine Akku-Hand-Massage-Pistole, die auf Knopfdruck hier das Massageprogramm startet. Sie sehen jetzt schon, es geht hier los. Und Sie sehen hier, neben der Batteriestandsanzeige, dass ich hier die Intensitätsstufe wählen kann. 20 Intensitätsstufen kann ich hier insgesamt wählen. Und wir haben die unterschiedlichsten Aufsätze für jedes Bedürfnis dabei. Hier, der beliebteste Aufsatz, würde ich mal sagen, ist dieser große Kugelaufsatz. Der geht übrigens in echt hier schneller, als er beim Fernseher bei Ihnen ankommt. Also wahnsinnig effektiv schon auf der ersten Intensitätsstufe. Eine wahnsinnige Schnelligkeit. Und gerade, wenn Sie im Nacken-, Schulterbereich oder im Rückenbereich Verspannungen haben oder Schmerzen haben, das sind ja so diese Stellen, da kommt man normalerweise schlecht dran, beziehungsweise kann da schlecht Druck ausüben. Das macht die Massage-Pistole hier ganz für Sie alleine. Aber es macht es natürlich auch leichter, wenn man mal zu zweit einen schönen Filmeabend genießt, den Partner zu massieren, weil ich da keinen Kraftaufwand mit habe. Genau das ist es. Ich meine, man muss ja wirklich überhaupt keine Kraft aufwenden. Natürlich kann ich einen gewissen Druck erzeugen, wenn ich ein bisschen fester drauf drücke. Brauche ich aber gar nicht, weil die Maschine das von sich aus macht. Und das entsprechend also an der Körperstelle, wo ich es am dringendsten brauche. Entweder großflächig oder gerne auch punktuell. Ich denke jetzt hier einmal an eine ausgeprägte Nackenmassage, aber eben auch mal eine Handmassage. Oder, und ich glaube, da kriegt der eine oder andere Gänsehaut, mal eine schöne Fußmassage. Also da sind die passenden Aufsätze natürlich auch noch mit dabei. Und das, wann immer ich das möchte. Das ist so ein typischer Punktaufsatz, oder? Auch Akupressurpunkte und dergleichen, super. Richtig, ja, da haben wir zwei passende Aufsätze, gerade für die Hände und Füße. Also hier der Akupressuraufsatz, hier dieser kleine, konische, punktuelle Aufsatz, womit Sie dann perfekt auch mal die Hand hier massieren können oder die Füße. Und hier sehen Sie alle Aufsätze nochmal. Für jedes Bedürfnis ist da wirklich das Richtige dabei. Sogar für den Bauch ist hier das Richtige mit dabei. Merhör, wie findest du das? Also ich finde es wirklich super. Also ich habe das Gerät so viel in letzter Zeit gesehen. Für immer 150, 160 Euro. Und für den Preis, mit den vielen Aufsätzen, mit der Optik und der Funktion. Also ich finde es wirklich super. Aber man kommt an Stellen, an die man selbst, also das Gerät kommt an Stellen, wo man sonst nicht reinkommt. Und es ist super leicht, es liegt gut in der Hand. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon. Ich finde, man spürt auch, dass das eine Premium-Variante einer Massagepistole ist. Also richtig toll in der Haptik. Es funktioniert wunderbar. Also es ist echt eine tolle, tolle Massagepistole. Ich finde, das gehört in jeden Haushalt, weil jeder braucht mal so ein bisschen Entspannung. Ja, natürlich. Gerade hier, ich habe immer eine schwere Kiste geschleppt. Das merkst du direkt in der Muskulatur. Es ist direkt Entspannung da. Also zumindest empfinde ich das so. Und liebe Zuschauer, Sie haben nicht nur unterschiedlichste Intensitätseinstellungen, je nachdem, ob Sie es hart oder zart brauchen in dem Moment. Und Sie haben natürlich auch die unterschiedlichen Aufsätze mit dabei. Und das ganz komfortabel, wann immer Sie das möchten. Geliefert wird das Ganze in diesem praktischen kleinen Köfferchen, sodass man immer alles griffbereit hat. Und der Akku hält mehrere Stunden. Also der kann das wesentlich ausdauernder als die meisten Masseure. Ich traue mich, es zu sagen. Vielleicht auch die meisten Partner. Sehr angenehme Geschichte für 71,24 Euro. Und Nervat völlig recht, wird häufig beworben, auch an anderen Stellen, auf anderen Plattformen. Und da sieht man so etwas normalerweise bei deutlich über 100 Euro. Zwischen 120 und 150 Euro habe ich schon die unterschiedlichsten Preisgefüge gesehen. Für 71,24 Euro ranzukommen, ist Spitzenklasse. Bei Pöll.de übrigens aus der Premium-Serie kommend, das heißt am häufigsten bestellt und am besten bewertet, bei uns im TV-Sonderpreis mit der NX 4164 und der 569. Und wir haben noch ein weiteres Top-Thema für Sie, nämlich das Thema Vibrationsmassage. Einfacher und vor allem schneller kann Sport eigentlich gar nicht mehr gehen. Platz Nummer 2. Es geht um unsere breite 3D-Vibrationsplatte und das ist nur wirklich Spitzenklasse. Man sagt, 10 Minuten auf eine Vibrationsplatte entsprechen 90 Minuten Workout in einem Fitnessstudio. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und das möchte ich Ihnen gerne erklären, wie das zustande kommt. Denn das ist ja fast nicht zu glauben, dass ich einen 90-Minuten-Workout durch 10 Minuten auf so einer Vibrationsplatte hier ersetzen kann. Vielleicht magst du dich direkt draufstellen, Merwe, weil dann sehen wir mal, wie so eine Vibrationsplatte funktioniert. Wenn du die jetzt mal anschaltest, dann werden wir sehen, ja, hier sehen wir jetzt die 2D-Funktion. Vielleicht kannst du noch ein Programm weiterwählen, dass wir dann die 3D-Funktion sehen, ja. Also Sie sehen, Sie haben eine horizontale Bewegung und eine vertikale Bewegung. Aber diese Bewegungen passieren jetzt nicht lineal. Hier werden alle drei Dimensionen des Raums genutzt. Also die volle Länge, Breite und Tiefe. Das ist der Sinn dieser 3D-Massage. Das sehen Sie jetzt gleich auch bei Merwe, wo sie gerade drauf steht. Und das ist jetzt perfekt, um die Muskeln zu stärken und die Koordination zu fördern. Diese Vibrationsplatte bringt Merwe jetzt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und Merwe muss gar nichts weiter tun, als auf dieser Vibrationsplatte stehen zu bleiben. Denn der Rest macht Ihr Körper ganz von automatisch. Reflexartig werden hier diese kleinen Schwingungen, diese kleinen Bewegungen, die Merwe aus dem Gleichgewicht bringen, die werden automatisch ausgeglichen. Das ist ein menschlicher Reflex. Das funktioniert also auch bei Ihnen, genauso wie es bei Ihnen auch funktioniert beim Stolpern, dass der Stolperreflex ausgelöst wird. Genauso funktioniert das hier, nur dass der ganze Körper aktiviert wird durch diese 3D-Vibration. Also auch die tiefer gehenden Muskeln werden hier aktiviert. Und das macht es so herrlich. Einfach nur draufstehen, dann Fernseher anschalten vielleicht oder Hörbuch. Und der Rest passiert von ganz alleine, weil Ihr Körper automatisch hier arbeitet. Und das macht diesen Effekt hier, dass wir 10 Minuten nur auf diesem Trainer brauchen, um ein 90-Minuten-Workout zu bekommen. Aber ich gehe mal zu Dir nach vorne, Merwe. Weil Sie haben hier jetzt nicht nur die Vibrationsplatte, sondern Sie haben auch Expander mit dabei. Die sind hier hinter eingehakt, die können Sie auch aushaken, wenn Sie mögen. Ich würde Ihnen empfehlen, die aber immer griffbereit zu haben. Denn dann können Sie auch ganz gezielt nochmal Ihren Oberkörper ansprechen hier. Und die Arme trainieren, auch so ein bisschen die Schulterregion aktivieren. Denn das ist auch super wichtig, gerade jetzt, wo wir so viel sitzen heutzutage in unserer Generation, ist das ja ganz extrem. Sehr viele arbeiten am Schreibtisch. Und da können Sie auch so ein bisschen hier gegenwirken, gegen diese krumme Haltung, die wir irgendwann bekommen. Wie fühlt sich das denn für Dich an? Ist es genauso leicht, wie es aussieht? Nee, auf gar keinen Fall. Also man spürt es wirklich in jeder Faser meines Körpers, gerade in den Armen und an den Beinen. Die Beine arbeiten die ganze Zeit mit, ohne dass man es merkt. Und ich finde es super angenehm. Also es ist auch angenehm. Also es ist super effektiv, meinst du, ohne dass du jetzt viel machen musst. Ja, ich stehe ja drauf. Gut, ich habe dir jetzt die Expander noch fieserweise in die Arme gedrückt. Die merkt man auf jeden Fall. Die haben eine ordentliche Stärke. Ja, ja. Aber die könnten Sie ja auch einfach beiseite lassen. Und diese Schwingungen, das ist ja mehr so, dass das so den ganzen Körper so ein bisschen in Schwung bringt. Also man merkt das überall, oder? Ja, vor allem auch im Bauch. Also man muss ja auch den Bauch anspannen, um gerade zu bleiben und so seine Körperspannung zu halten. Und ich finde, am meisten macht man es wirklich in den Beinen. Die Beine arbeiten die ganze Zeit mit. Ja, hier sehen Sie, alles wird aktiviert. Also Sie sehen es ja tatsächlich schon. Und Merve spürt es hier, dass der ganze Körper aktiviert wird. Auch die tiefer gehenden Muskeln. Es werden auch so ein bisschen die Bewegungen nachgeahmt, die Hüftbewegungen nachgeahmt, wie wenn Sie jetzt draußen gehen würden. Also das ist tatsächlich so effektiv, wie wenn Sie draußen unterwegs sind, wenn nicht sogar effektiver. Und hier sehen Sie auch die ganzen positiven Effekte, dass die Durchblutung verbessert wird, dass Ihr Rücken gestärkt wird. Und das ist einfach auch was, was das Wohlbefinden steigert. Hier, die Gelenke werden mal mobilisiert. Sie haben vielleicht auch das Gefühl, dass Ihre Gelenke irgendwann mal so ein bisschen eingerostet sind. Knochenschwund können Sie mit so einer 3D-Vibrationsplatte bekämpfen. Und viele, viele weitere Effekte. Natürlich in erster Linie die Verbesserung der Muskelkraft und die Koordination wird auch hier gestärkt. Es gibt auch verschiedene Stellungen, also wie man sich hinstellt. Wenn ich mich jetzt extrem nah mit meinen Füßen aneinander stelle, ist es wie Gehen. Und der nächste Schritt ist Laufen und der nächste Schritt ist dann Rennen. Hier sehen Sie auch die Stanzung. Also da ist es auch direkt gekennzeichnet für Sie. Sie sehen die Figuren, die zeigen Ihnen, wie intensiv das ist. Also die äußerste Figur imitiert ein Sprinten oder deutet ein Sprint an. Also je weiter Sie die Füße spreizen, desto intensiver wird das Sportprogramm. Aber das entscheiden Sie, wie intensiv Sie es haben möchten. Vielleicht fangen Sie erst mal langsam an. Also so eine Vibrationsplatte ist nicht nur etwas für junge, sportbegeisterte Menschen, sondern gerade auch für Senioren ideal, die einfach schonend hier trainieren möchten und ihren ganzen Körper mal wieder in Schwung bringen möchten und aktivieren möchten. Also eine fantastische Möglichkeit, schnell, einfach und vor allen Dingen mit einem wirklichen Minimum an Aufwand wieder richtig gut in Form zu kommen. Das wäre möglich, wenn Sie sich für eine Vibrationsplatte entscheiden. Hier bei uns für 231,79 Euro, natürlich Porto und Versand kostenfrei geliefert. Mit der NX 59, 57 und der 569. Wir schauen uns mal Platz Nummer 1 an und da werden wir einen alten Bekannten kennenlernen. Schauen Sie selbst. Wir bleiben mit Platz Nummer 1 noch einen kurzen Moment beim Thema Vibrationsplatte. Diese Vibrationsplatte allerdings ist curved, das heißt so ein wenig gebogen, sagt man so schön. 7 mit 1 heißt es. Wo ist jetzt der Unterschied von dieser zu der Vibrationsplatte, die wir gerade gesehen haben? Also diese Curve-Platte intensiviert das Training nochmal, sorgt aber auch gleichzeitig dafür, dass wir hier nochmal gelenkschonender unterwegs sind, weil hier die perfekte Fußstellung schon dadurch provoziert wird, dass hier diese geschwungene Bodenplatte ist. Das heißt, die Füße stehen hier im perfekten Winkel, um das Training hier durchzuführen. Und hier gelten alle Regeln wie beim vorherigen Modell auch. Das heißt, einfach nur draufstellen, der Rest passiert von ganz alleine. Sie müssen nichts weiter tun. Auch hier haben wir zwei Expander für Sie. Merve, möchtest du noch mal ein bisschen trainieren? Dann kannst du direkt... Ich will dich nicht davon abhalten, hier zu trainieren. Aber Sie sehen halt eben, durch diese Curved-Beschaffenheit-Struktur ist das hier nochmal richtig toll gelöst. Merkst du schon? Das ist wirklich sehr stark. Was ist denn der Unterschied vom Gefühl her zu dem vorherigen Modell? Also vom Stehen her ist es ganz anders durch diesen Curve. Und es ist viel stärker. Also ich spüre es wirklich überall gerade. Ja. Das intensiviert nochmal den Trainingseffekt hier mit dieser Curve-Platte, also mit dieser geschwungenen Platte. Aber auch hier gilt, der ganze Körper wird in Bewegung gebracht. Und da müssen Sie nichts tun. Ihr Körper gleicht automatisch hier die Unebenheiten, die hier erzeugt werden, dieses Ungleichgewicht, was erzeugt wird, gleicht ja automatisch aus. Also Sie kennen das vielleicht von so Kopfsteinpflasterwegen. Wenn Sie da unterwegs sind, da wird man ja auch die ganze Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht, ins Ungleichgewicht gebracht. Und das gleichen Sie auch ganz automatisch aus. Genauso ist es hier auch, nur dass Sie einfach nur stehen bleiben müssen. Der Rest geht hier ganz von alleine. Also das nochmal bessere Modell im Vergleich zu dem vorherigen Modell, wenn du mich fragst, vor allem dann, wenn man auch so ein bisschen so einen intensiveren Trainingseffekt haben möchte, ist dieses Modell hier ideal. Also wenn ich jetzt mal schaue, da liegen wir ungefähr gut 30, 32 Euro über den Preis vom letzten Modell, was wir kennengelernt haben. Hier haben wir tatsächlich aber eine 7-in-1-Curved-Vibrationsplatte, verschiedenste Trainingsprogramme logischerweise. Denn man sagt ja immer im Allgemeinen, man sollte dem Körper zwischendurch immer neue Anreize geben. Wenn man die gleiche Bewegung ausführen, ist dann irgendwann nicht mehr hilfreich. Hier hat man also verschiedenste Möglichkeiten, die man einstellen kann. Man kann also die Geschwindigkeit, die Intensität einstellen. Man kann verschiedene Programme wählen. Das heißt, man kann dem Körper immer wieder neue Impulse geben, um entsprechend Muskulatur aufzubauen, um vielleicht auch mal das ein oder andere Körperfett loszuwerden. Und das wird nicht für einen absoluten Spitzensatz. Jetzt muss ich gleich noch dazu sagen, nicht jeder ist begeistert davon, zu Hause irgendwo ein Fitnessgerät im Raum stehen zu haben. Wir haben es eben beim Ingo gesehen, da stand der Fahrradtrainer mitten im Raum. Das möchte nicht unbedingt jeder haben. So ein Fitnessgerät ist schön schlank und vor allen Dingen schön flach gehalten. Das kannst du nach dem Training ohne weiteres mal unter das Bett und das Sofa mal eben schnell verschwinden lassen. Wenn du es brauchst, du es vor schaltest an. Und in zehn Minuten, glaube ich, da, die hat jeder diese Zeit, bist du quasi auch schon durch mit deinem Workout. Drück mal so aus, mal eben kurz zur Tagesschau draufgestellt. Oder vielleicht morgens nach dem Aufstehen, nach der ersten Tasse Kaffee, mal eben kurz zehn Minuten investiert. Ich glaube, die hat man oder die nimmt man sich auch ganz gerne. Und ich glaube, dann hat man innerhalb kürzester Zeit auch schon die ersten Erfolge sichtbar im Spiegel vor sich. Und ich glaube, es gibt kaum etwas Schöneres, als wenn man so eine Sportart für sich gewählt hat, wenn man sich entschieden hat, das einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht zwei, drei Wochen später die gute Freundin dann zu dir sagt, Mensch, du siehst gut aus. Ja, hast dich erholt, wie sieht es aus, machst du Sport, hast dich verliebt. Also sowas eben sind doch schöne Sätze, die man gerne hört. Spätestens dann, wenn man mal in die zweite, dritte Etage wieder leichter hochkommt, die Einkäufe leichter nach Hause bekommt, weiß man doch, dass man sich in dem Moment richtig entschieden hat, hier eine Vibrationsplatte zu bestellen. Und wir haben ja auch wieder diese, wie hießen die, Expander oder Widerstandsbänder. Also wir haben ja wieder alles, um jegliche Partie des Körpers zu trainieren. Sei es die Beine, die Arme, den Rumpf, wirklich alles und die Schultern. Also ideal hier. Also das ist schon ein guter Platz Nummer eins in dieser Top Ten Show. Also ein verdienter Platz Nummer eins, würde ich sagen. Sie haben hier 30 verschiedene Frequenzstufen, die Sie wählen können. Also finde ich wichtig, was du gesagt hast, dass man hier auch unterschiedliche Reize setzen kann. Und dass man lange Freude an diesem Gerät hat, weil man immer wieder mal auch variieren kann und das Training ganz nach eigenen Wünschen hier gestalten kann. Timer-Funktion haben Sie auch noch mit dabei. Also wenn Sie sagen, mir reichen die 10 Minuten am Tag, stellen Sie die ein und dann ist das Ziel ganz schnell erreicht. Und wir müssen es nochmal sagen, 10 Minuten entsprechen einem 90-Minuten-Workout. Das lohnt sich hier richtig. Man spürt es auf jeden Fall. Also ich spüre es immer noch. Ja? Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Also tolle Möglichkeiten, liebe Zuschauer. Und das war sie, unsere Top Ten aus dem Bereich Sport und Freizeit. Es war sicherlich auch für Sie was dabei. Danke fürs Zuschauen und ganz viel Spaß damit.